Sieht an, irgendwas stimmt hier nicht. Ich dachte, die wäre im Tod. Willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Das ist aber ein nacktliches Gebäude da hinten. Was uns dort wohl erwartet. Wir werden es erleben. So ganz ist mir das auch noch nicht klar, aber sie kann doch Bestie beschwören, oder? Ja. Du meinst, wenn ich etwas will, genau wie damals bei Lily, die Bestie. Oha. Ich lasse nicht zu, dass der Alkohol noch ein Haar krümmt. Gut. Und dann würde er mir ein paar Fragen beantworten müssen, wenn ich es aus dem Raus prügeln muss. Dieser Spinner. Und siehe da. Wir sind... ...auf dem verschlossenen Kontinent. Das sind wir schon mal gewesen. Ich weiß. Mit dem Chokobo. Den holen wir uns jetzt gleich hier wieder. Oder? Müssen wir noch was machen? Nö, ne? Nö. Aber... ...hier auf diesem... ...auf dieser Eisfläche... ...gibt es ein Phantom. Und zwar... Äh... Wie heißt denn? Federrochen, glaube ich. Aber ich habe nichts mehr zum Lernen. Das ist das Problem. Ja gut, bis auf das hier. Aber das... Na, das war ja vielleicht irgendwann später. Aber... Ähm... Ich habe sonst nichts mehr... ...was ich eventuell irgendwie... ...gut mit der anderen Truppe könnte ich... ...könne ich das machen. Gut, hier ist auch noch was. Moment. Was haben wir hier noch? Penicillin. Ansonsten bin ich hier mit allem komplett durch. Ähm... Ja. Das lohnt sich grad... Doch, hier ist noch was von ein Männchen. Lindern. Aha, okay. Geht noch irgendwas? Nö, ne? Nö, sieht nicht so aus. Du kannst noch sägen... ...Penicillin und... Ja gut, komm. Scheiß drauf. Ich mache das jetzt nicht mal eben. Gucken, ob ich hier Glück habe. Direkt das Vieh treffe. Das war nix. Also weitersuchen. Irgendwo hier... ...auf diesem Eis... ...Feld... ...kommt dieses Vieh. Ich... Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Kom jetzt aber. Na komm. Dankeschön. Da ist er, der Federauchen. Ich habe wahrscheinlich jetzt schon durch die ganzen Kämpfe die Abilities gelernt, die ich euch alle anwollte. Aber gut. Was bekommst du denn von mir? Kriege ich einen Mondsplitter? Natürlich. Das ist doch kein Problem. Da ist er. Zack. Danke. Bitte. Garuda schon getroffen? Nee, noch nicht. Aber da kommen wir später zu. Kinder erlernt. Segen erlernt. Sehr schön. Garuda bekommt jetzt den Lab bis Lazuli. Habt ihr gerade gesehen? Hab ich bekommen. So. Ich laufe jetzt mal hier rein. Mach aber kurz einen Schnitt. Momentchen, bitte. So, weiter geht's. Ich habe mir, ich will nicht sagen wieder ein neues Mikrofon besorgt, sondern ich habe noch ein richtig, richtig altes USB-Mikro gefunden, was ich jetzt gerade mal angeschlossen habe. Und ich bin jetzt gleich mal gespannt, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin, ob sich das tatsächlich ein bisschen besser anhört. Werde ich mal ausprobieren. Vorteil ist natürlich, ich habe nicht mehr in das ganze Zeit dieses Headset hier auf den Ohren. Und ich kann mich relativ frei bewegen. Und ja, schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt. Was war das? So. Wir sind ja hier stehen geblieben bei diesem komischen Gebäude hier. Und dann gehen wir einfach mal rein. Estogaza. Was ich gebrauchen kann. Ich bin immer noch hier auf der Suche nach Modon, diesen Mugri. Vielleicht habe ich ihn irgendwo verpasst und ich muss das definitiv checken, bevor ich jetzt werde hier. Also später, bevor ich später weiter nehme. Wie fällt hier auf die Schnauzen? Was treibt ihr hier? Das hier ist ein heiliger Boden. Ich darf also wenig Ruhe bitten. Scheint wohl ein beliebter Ausflugsort für euch gesellen Zipfelmützen zu sein in letzter Zeit. Die vorhin hatten auch keinerlei Manieren. Was hast du da gerade gesagt? Es geht um das Leben einer Freundin. Wenn du was weißt, dann sag es uns. Ein Leben ist nicht mehr wert als das andere. Und am Ende kehren alle wieder zu den Sternen zurück. Ja, auf zu labern und sag Bescheid, Junge. Aber geht zur Insel des Lichts und beschreitet den Pfad der Seelen. Oha. Was redest du da? War bei den Schwarzmagiern jetzt ein kleines Mädchen dabei oder nicht? Das Mädchen ist unsere Freundin. Und alle aus dem Dorf der Schwarzmagier waren also dabei, oder? Sag doch was. Ich habe die Szenen lediglich beobachtet. Was hätte ich denn tun sollen? Außerdem kamen sie nur hier durch. Sie strömten hier in Scharen durch. Dieses Bataillon waren dann wohl eure Schwarzmagier? Mit fast apathisch Sturmblick, Sturmblick, gingen sie schnurstracks in Richtung des Vulkans Uruk. Vulkan Uruk? Ja, er ist zwar schon seit längerem nicht mehr aktiv, aber man nennt diesen Berg Vulkan Uruk. Man sagt, dass früher das Volk der Talpaten im Inneren des Vulkans gelebt haben soll, aber das ist schon Ewigkeiten her. Seit der Eingang von irgendeinem jemandem versiegelt wurde, ist dort keiner mehr gewesen. Nun ja, jedenfalls sind sie jetzt zum Vulkan Uruk gegangen. Schön, und hatten sie denn auch ein Mädchen dabei noch nicht? Wenn du mich so fragst, ja, ein Schwarzmagier trug ein Mädchen. Das war ganz sicher Eiko, hörst du? Jetzt bloß nicht unnötig Zeit fortrücken. Wir sollten uns sofort auf den Weg machen. Dann mal los. Aber vorher gibt es hier an der Seite einen Schock, da können wir ganz wunderbar einkaufen. Denn hier gibt es einen ganz geilen Stock für Wibi und so. Äh, wie heißt der denn? Ach, Kant? So. Ist zwar schwächer als der momentan angelegte, aber das haben wir keine Vollgaben, wenn es gar Eisgaben, das wir nicht haben. So. Kann ich doch schon mal, ne? Und die hat hier auch schon mal. Das hab ich angelegt. Nehm ich mit. Oh, ich hab ja Kohle. Nehmen wir mal. Die Kralle nehm ich mit. Die Asura-Route. Nehm ich mit. Oh, Morgenscheine. Ich komm mal voll klatschen. Da hab ich richtig geil was zum Werfen. Da hab ich das. Jetzt hab ich das Nahrung mal. Das ist eininek. Komm, komm. Komm mal rein. Du weißt, ja. Auf nur. Ja. Also, ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Okay. Ich hab das. Das ist ja. Das ist ja. Ahem Oh, ich mach mal vor Mach mal ein bisschen So Sehr schön Ey, warte mal, ich bin noch nicht happy Denn ich würde gerne aus dem Koffer und zwar schon fliegs doll quasi gepackt Ähm, wo schon habe ich aber jetzt ist zwar ein Koffer und zwar eine Fletschbeere und zwar und zwar eine Kacke und ich habe wahrscheinlich auch Arsch vollkommelte Accessoires Und zwar Ach, wisst ihr was, das mache ich nicht mal aus so wie da habe ich jetzt keinen Verbrauch So, also der Achtgangs Da ist es Vollgabletzgeheisen Sehr schön Oh, ich kann tun Das ist geil ich kann nicht Gut, Maragon geht es hier aus, Rottkirchen, Bodyguard kann erlernen, sehr schön, aber ich will auf jeden Fall Cäsar Kralle, dann ist noch etwas zu lernen Hier ist nichts mehr, sehr schön Jo, dann gehts noch weiter Weg da, Opa So sieht sehr witzig aus Wo ist da? Oh, ich habe keinen Griff So, wie gesagt, ich hoffe, ich finde So, ich glaube, dass ich hier die Kämpfe einschalte und euch auch dabei lasse, weil die Kämpfe hier sind ganz interessant Find ich Ähm Das machen wir mal an Ähm Ähm Ja, ich gehe jetzt erst ins Richterhaus, wo da ist, äh, Sankt und Gassel oder ich weiß Oder nehmen wir das hier Ne, 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 ne Los, meine Ahnung Ähm Äh, ja Hier einfach mal schöne Ecken zu kommen Hier gibt es, äh 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 Da ist ein Rotkäppchen, das Goldkäppchen gibt zu wetter Und mit den Goldkäppchen können Zumindest erstmal, ähm, sie dann Und Ich glaube, mal Hackern auch Ähm Immer regional Ähm Das ist halt wirklich Wenn man keinen Highlander-Truppe hat Nicht wahr? So, ich sage jetzt weiter Was war das denn? Ähm Ist aber nix von Schädigung Aber Hört so gut so aus Ich gehe hier jetzt hoch Oh, was ist denn? Ähm Ist das irgendwo hier versteckt? Oder ist das wirklich ne Kiste oder immer? Ich glaube aber Doch, da ist es, das Goldkäppchen Hallo Mal anlegen Goldkäppchen Immer regional Ja Ja Ich habe noch eine Ich habe noch eine Verdammt Oh Ich habe noch eine Verdammt Das ist richtig Ich brauche noch eine Oh, Scheiße Oh, das ist gut Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Äh Äh Na gut, dann muss ich heute noch Ein Level warten Und dann kriege ich noch mit dem Punkt dazu So Dann ist das also Sonst ist hier nix Ich habe noch Steckkontakt an, oder? Aha Ha Das Ding hat mich gehört Aber es wird sofort wieder abbildlich Wenn ich das gedacht habe, was da Was dahinter steckt Weil Ich will keine Waffe mit Element haben Ich habe die Ebene sehen Klappt halt nicht immer So Jetzt müssen wir hier Ja Und dann Erstmal nix lang Das ist ja Ich würde noch Und dann Oh, wusste es nicht Ich habe hier Es ist ja was in der bone Ich habe hier Nie Nein, dann nicht. Ich erschrecken jetzt. Ich weiß noch, als ich das das erste Mal gespielt habe, dann kam diese... Ich hab mich so erschrocken, das war... Boah. Ich habe eine Schöne. Wo ist das Schöne? Ich gehe vor allem so. So, einfach mal ein Hummel her, bitte. Ich gucke sie mit zum Guckwun. Komm, Hummel, hau, hau, hau. Ich bin so stark wie eins. Ach so, ich habe ja auch die andere Kralle an. Ja, stimmt, deswegen. Ah. Ich dachte, ich bin so schwach. So, jetzt habe ich ein Level gelernt. Vielleicht kann ich jetzt immer Regener machen. Ne, immer nicht. Schade, jetzt muss ich noch ein Level warten. Hm, na gut, nicht so tragisch. Hex hier, danke schön. Das ist ja auch noch was. Ich habe es eigentlich auch. Na gut. Ach du Scheiße, was bist du denn? Das ist ja auch. Oha, das ist ein Fick. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch in das Rechte raus. Ich glaube, es ist ein Fick. Da ist der Mote. Woran? Liefer dich. Hast du noch was? Oh, scheiße. Ich bin schon irgendwo. Ah, nein. So, wir fangen von dem aus. Ich bin aber noch auf der Suche nach... Ich bin aber noch auf der Suche nach. Ich bin aber noch auf der Suche nach. So. Oh, scheiße. So. 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 Als ich den Schalter dreimal bediente, tat sich etwas. Ah. Und damit ist dieser Schalter hier vorne gemeint. Dieser hier. Ich hoffe, ich gebe mal noch mal ein Fangen zu dir. Ich... Aber jetzt mal hier weiter. Wir wollen ja alles machen, wie ich war. So. So. Das war hier. Soweit ich weiß, muss man den Schalter zweimal da unten legen. Einmal. Einmal. Was gibt's hier? Ein Gaia-Kettel. Okay. Okay. Hat sich die Link also nichts gewohnt. Nicht erschrecken. Jetzt kommen zwei von den Viechern. Ich hab fast alles. Bis auf Todestribunale. Ich hab fast alles. Bis auf Todestribunale. Son. Oha. Es ist so ein Schalter hier im Regen-Alay. Los, geht's. Krass. Oh, die Wiese dann, die Wiese dann. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wow, mit einer Strecke. Die Jungen dürfen öfters auftauchen, denn die geben richtig viel Erfahrungspunkte. Zwei Stück, 11.000. Und ich krieg 10.000 Gild und ein Ata. Das ist doch mega. So. Zack. Und jetzt geht's ab. Aber dann mach ich die mal kurz mal heilen und speichern und wie auch immer. Ne, ich speichere mich nicht. So, ihr wisst das. Um wirklich vollkommen geheilt zu werden, braucht ihr zwei Zelte. Ich weiß nicht warum. Aber gut. Okay. Jetzt müssen wir uns nochmal auf diese, ähm, auf diesen Aushanger eben präsentieren. Wir müssen jetzt die drei mal nach unten gehen. Eins. Zwei. Drei. Und zack. Mal mal nach unten. Äh, nicht erschrecken. Musik. Das war's. 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 Oh, yeah. Das war's. 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 Wo? Das war's. 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 sein. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.